Hallo und herzlich willkommen bei Baleares Whirlpools. Ich stehe jetzt hier bei uns in der Lagerhalle und hinter mir sehen sie ein paar Pro5 und in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie der Whirlpool geliefert wird. Also sowohl Pro3 als auch Pro5 stehen hochkant auf einer sogenannten Einwegpalette und sind recht dünn verpackt. Also recht für mehr Verpackung braucht man auch nicht und die Whirlpools werden per Spedition versendet. Das heißt mit dem Hubwagen kann man unten in die Palette rein und dann kann man quasi den Whirlpool ganz normal bewegen. Wenn Sie keinen Hubwagen zur Verfügung haben, Sie können auch Möbel, so Rollbretter nehmen, also so Bretter wo quasi unten Rollen drauf sind, so Möbelroller zum Beispiel oder wie gesagt einfach mit dem Hubwagen mit der Palette eben längs so wie es hier ist oder auch quer den Whirlpool nehmen und können quasi mit dem Whirlpool irgendwo hinfahren. Wenn Sie den Whirlpool dann an dem Ort gebracht haben, wo er stehen soll, dann wird er nur von der Palette runter, also ausgepackt zuerst, Folie weg, dann von der Palette runter kippen und dann Wasser einlassen, Strom einschließen und dann geht es eigentlich schon los. Also Sie sehen, ganz einfach und recht unkompliziert. Der Whirlpool ist fix fertig zusammengebaut. Das einzige was Sie machen müssen ist wirklich Filter reinstecken, reindrehen, der Elektriker macht den Strom, Sie füllen das Wasser ein und dann geht es eigentlich los. Gut, das war's von diesem Video. Wenn Sie weitere Fragen haben, dann schauen Sie sich bitte die anderen Videos noch an bzw. wenn immer noch Fragen offen sind, dann schauen Sie gerne auf Baleares.de vorbei bzw. rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Ich freue mich, bis dann. Tschüss.